Auf jeden Fall ist Alter eine der Schubladen, nach denen wir sortieren in der Gesellschaft. Und das Bild, das wir von Abgeordneten haben, ist weiß, männlich und alt. Und deswegen sind alle, die aus diesem Schema rausfallen, irgendwie unpassend, werden mit PraktikantInnen verwechselt und spielen dann eben auch inhaltlich eine Rolle, dass man weniger ernst genommen wird.